ARD Text im Auftrag von Funk Du hast besser geholfen. Ich glaube nicht, dass sie das machen wird. Wie ist das Blut? Sie ist... Geh hier runter. Du findest, dass die Flucht klar ist. Mit allen vor dem Arsenal. Entstanden. Wir sind vorher mit dem Dings hingefangen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es ist. Core. Core, also hier nach unten. Genau. Und dann nach links. Ja. Oder Box. Was ist mit ihm los? Pumpelt ein bisschen. Bisschen zombie-mäßig. Mir wurde auch schon Kopf geschossen anscheinend. Äh, ins Bein meine ich die. Snake ist ja immer durch. Hat einem so die Beine gebrochen. Stimmt, aber war ja so. Dann musst du ja immer da durch. Ein neuer so ein Detail. Lauf. Keine... Kiste. So, siehst du? So spiele ich gerne. Bisschen weiter, wa? Alles gut. Und dann... Ohlulululululul. Wow. Pfiff. Aber du musstest links da rein. Äh, warum? Du darfstest nicht unten durch so... Ach ja. Bisschen links rein. Zum Core. Ach fuck. Warum sagst du denn nichts? Ist mir jetzt auch erst zum Schluss. Es ist so gut gelaufen. Und da muss ich da nicht hin. Das fand ich auch so. Du hast das geschafft gemacht. Ja hervorragend, die wollte ich holen. Brauchtest du auch. Aber ich meine... Hä? Da klappt der gleichzeitig den Boden wieder runter. Oh, perfekt. Oh, ich kann nichts mehr sehen. Cool, nein. Ist schon runtergeklappt. Soll ich jetzt eine werfen, oder schaffe ich das bis zur Mitte? Du musst doch nicht darüber sprechen, du kannst auch so dran vorbeilaufen. Echt jetzt? Wenn du an der Wand lehnt bist. Ist aber nicht wirklich schneller. Okay, aber ich sollte da jetzt hoch und dann schmeißen, oder? Aber die fällt doch runter. Mach einfach. Was ist das passiert? So simulierte Jack sein Tod und Rose zu entkommen. Also den Chefkönner brauche ich auf jeden Fall. Ach so, ich bin jetzt wieder hier? Hä? Ja, passt einfach, passt gut. Ja, aber ich brauche die Chefkönnets. Naja. Naja, du bist da auch schon einmal lang gegangen ohne Chefkönnets. Ja, und wie ist es gelaufen? Kannst du auch die Dinger abknallen? Ja, stimmt auch. Ja. Fuck this. M4 und fertig. M4 ist nicht so genau genau. Nehmen wir die M4 oder lieber die AKS? und will ihm mal dieses Ding hier. Wo fliegt er denn? Ich glaube übrigens, du musst Select halten, damit du nicht sofort schießt damit. Select halten? Ja. Halt mal Select, wenn du... Nee, er meint irgendein... Select? Ja. Machen wir? Wie sagt denn Select drücken? Select! Ah, okay. Ja. Alter! Warten sie! Warten auch sie! Gucken wir mal neue. Auch. Muss man, wenn die in Evasions zwitschen, alle platt machen. Wenn die in Evasions zwitschen, kannst du schnell die Box... Naja, da kannst du fast besser runterspringen, dass wir mal neue machen, weil... wirst du eh daran vorbei und kannst das ja nicht bevor die nicht auslösen. Nee, ich glaube, das ist Quatsch. Also es kommen wirklich... Ja, keine Munition. Also wirklich zum... Einzelnen ausschalten, dass es die Pistole gewesen gibt. Ja, aber es ist... Also die kann man nicht ausschalten. Ich glaube, es kommen halt... Nee, in dem Fall jetzt... Doch, jetzt kommen rein. Ich mach's jetzt wieder so. Ey, irgendjemand hat geschrieben einen Stick, soll ich reindrücken? Den linken oder den rechten? Ach so. Aber nicht Select. Ohhhh... Ohhhh... Wie ist es gar noch? Der Junge hat direkt einen Stick während von... Das war auch viel. Alles für dich. Ohhhh... Also irgendwie... Muss ja schon Fähig überhaupt haben, das. Ja, aber dann schießt der ja schon. Ja, das geht nicht. Hm. Na gut. Fähig nur so ein bisschen drücken, weil es ja analoge Tasten ist. Ja, das... Ja, ich glaube das ist sogar... Mach mal. Aber jetzt... Aber jetzt... Das Alarm in dem Ding auswirken. Das ist eine gute Idee. Aber kann ich mich einfach wieder verkleinen? Hier? Äh... Eigentlich soll das. Ne, ich hab kein... Kein Kopf-Dings da. Ach guck mal, weil der abgezogen wurde. Geil. Aber ist ja eh keiner mehr da. Wo soll den hin? Nach unten? Ja. Ne, ich muss doch... Zum Fachstuhl. Von dem Fachstuhl nach unten. Ach so, ich dachte du meinst nach unten. Nach unten, nicht nach Süden. Ne, ne. Ich mein... Weil nach unten musst du. Ne, ne. So, also nach... Ja, nach unten. Also... Aber nach Norden. Nach Nord-Unten. Das stehst die Verwirrung. Ja. Dramatic scene. Incoming. Also ich hab's ja beschützt. Na ja. Snack war viel näher dran. Hast du ein Herzchen? Das war's gut. Wie ist Emma? Ich denke, er hat einige interne Organs. Wir können nicht die Blöden stoppen. Ich bin hier. Ich habe die Blöden. Ah, fuck. Emma sette alles auf. Apparently all you have to do is pop in the disk. Uh, that should insert the virus into the AI. Wie? Is it working? Just leave it to Emma. What the? An antibody agent? Das war der Naruto-Sound. Das war der Naruto-Sound. Das war der Naruto-Sound. Ist das Virus aufgelöst? Ich glaube nicht so. Die Zahl hat 90%. Autocon. Ich glaube nicht, dass Emma keine Fehler gemacht hat. Aber... Eine Partie des Wurm-Klusters hätte vielleicht geändert, nachdem das Disk in Emmas Hand verlassen hat. Von den Patrioten? Wie kommt das Virus? Es funktioniert? Ich habe keine Idee. Wie ist... Ist... Ist alles alles gut? Er... Ist alles gut. Das alles gut. Das ist gut. Auf jeden Fall, ich... Ich werde nicht noch eine andere Seite zu unserer Familie. Ja, das ist richtig. Was ist, wenn das Virus nicht funktioniert? Entweder destroyen diese Sache, oder nehmen die Solidusness-Mann. Wie kommen wir auf den Weg? Ich glaube nicht, dass wir können. Wenn... Unless... Somebody inside gives us a hand. Hal... Ich... Ich... Ich habe immer... Was ist das? Ich wollte dich wiedersehen. Ja. Hm. Ah... Was ist das? Ich... Ich konnte... Never do that. Don't be so honest. It hurts. Sorry. Can I... Can I ask you a last favor? Sure. Call me... Call me... Emma. What? Please... Call me... Emma. Tja, Raina. Wird nichts mit der. Die ist tot. Und... 15? Was? 15? Ich glaube, sie ist 15. Ja, gut. Was ist mit E.E. Was ist mit E.E. Emma? 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 Answer me. Ich hatte aber auch kein Glück, ne? Ja. Ich hab... Ich hatte... Ich hatte nicht... Du... ... wegen dem Accident... ... ich hatte... ... ich hatte einen Kontakt mit deine Mutter... Was? Ich hat mich verbunden. Was? Warum? Was? Oh, es wird dann ja doch noch erklärt, so ein bisschen. Wow. Ja, Odakon ist voll, der Typ. Das lösen sie mit dem Papagei. Programmieren sie jetzt. Doch, das Ding fertig. Die Seele, Emma, sie lebt weiter. In einem Papagei. In dieser Möwe. Tauben. Kann man Papageien am Anfang so sprechen wie Tauben? In einem Taubenkörper gefangen. Das war echt gut, eine mit der Papagei. Acting. Da der Acting. Achtung! Arsenal Gear ist bereit für launchen. Evakuiert die Außen-Level sofort. Das klingt, wie sie in der Ferienlims kommen. Was meinst du? Das bedeutet, wir werden sinken. Wir müssen die Hostage rauskommen. Und was über die Kamerung? Wir werden nicht alle abholen. Wir müssen nur so viele, wie wir können. Meine Freundin... ... mit uns kommen kann. Ja? Wir werden kurz den Kampagnen beginnen. Personal in der Oberfläche, sofort nach der Evakuierung. Was? Was? Ah ja, okay. Ich bin immer so... Oh Mann! Warum, Wolf? Was ist das gerade? Ich kann nicht kurz sagen. Ich habe nur das Ding. Ja. Papagei. Ich mache es jetzt mal. Was? Was ist mit euch? Wir haben andere Arrangements. Wir müssen uns hier rauskommen. Wir müssen hier rauskommen. Auf jeden Fall, wir müssen uns das Ding schenken, wenn das Virus nicht funktioniert. Ich sollte mit euch gehen gehen. Du hast dein Job, wir haben unsere. Du sagst, ich werde nur in deinem Weg gehen. Das ist falsch. Nur du kannst diese Hostage zu retten. Fertig? Genau. Hör, die zwei von euch werden das Ding nicht zu retten können. Eliminate das Gegenteil. Das ist deine einzige Option. Papagei. Oh! Oh yeah! Leute, ich will dich tot. Mir geht's wieder besser, Leute! So. Oh! E-E? Damn! Autocon. Try to get as many hostages out as you can. It's a short flight to the shore, so don't worry about overloading the cam-off. Leave it to me. No. Chính' halt. I'm counting on you, Autocon. Das hat sie ihm beigebracht. Das hat er voll der Psycho-Papagei, der lacht gerade, ist tot. Der hat sie vielleicht mal vorher mal anrufen sollen oder so. Ich gehe jetzt in die Augen, die geht jetzt auch in die Augen, die kommt dann gleich später. Das hat er voll der Psycho-Papagei. Ich muss da immer meine Mama anrufen. Also wenn du jetzt ein Bier brauchst, um dich daran zu erinnern an deine Mama anzurufen, dann ist es schon zu spät. Also meine Mama nicht. Ich bin sicher, dass du dir okay bist. Das ist schwer, als er sieht. Ich habe es geschafft. Jetzt, wie wir das Ding abbauen? Du kannst jetzt rauskommen. Ein Ninja? Was ist das? Ich liebe die Maschinen. So, da jetzt auch noch mal. So, it begins. It begins. It begins jetzt nichts mehr, was? Wir machen jetzt das Seekampoto gut ist, was soll denn das jetzt? Alles ganz straightforward, jetzt hast du recht. War, 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 aber warum? War, 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 war... Haben sie gesagt, mir hast du eine Bierstarte gebracht? Ja, das ist schon klar, aber... Warum... Aber erst ein Deal. Warum hat er denn, warum war sie denn... Das sind so Detaillis, ne? Und deine Rumpfreierei... Echt... Ist ja alles gut. Ich hab's nicht schlecht, aber... Ich hab's nicht laupte. ...